Hallo Leute und herzlich willkommen zu meinem neuen YouTube Video. Heute möchte ich euch zeigen, wie du dein Instagram Konto deaktivieren kannst. Dafür gehst du einmal auf dein Profil und drückst nun oben rechts einmal auf die drei Punkte. Danach drückst du einmal auf den ersten Punkt, Einstellungen und Privatsphäre. Nun drückst du oben einmal auf die Kontenübersicht. So, nachdem du das gemacht hast, drückst du nun auf den Punkt Persönliche Informationen, Kontoinhaber schaffen, Einstellungen, Deaktivieren oder Löschen. Wählst nun einmal deinen Account aus und kannst nun auf den Punkt Konto deaktivieren drücken oder Konto löschen. Ich hoffe, ich konnte euch weiterhelfen und würde mich über ein Liken und ein Abo freuen. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.